Grünetal ist ein international tätiges Forschungspharmaunternehmen mit Konzernzentralen in Aachen, Deutschland. In der Schweiz ist Grünetal zu Hause in Mittlödi im Kanton Glarus. Wir sind eine klassische Marketing- und Vertriebsorganisation und beschäftigen rund 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innendienst und im Ausserdienst. Ich arbeite seit 14 Jahren bei den Grünetal. Es ist für mich ein sehr attraktiver Arbeitsplatz. Wir haben ein sehr gutes Arbeitsklima untereinander. Wir kennen uns auch ein bisschen privat. Wir sind füreinander da. Wir unterstützen uns. Wir arbeiten dort, wo andere Ferien machen. Wir haben die Möglichkeit, dass die Mitarbeitenden schöne Aufenthaltsräume haben mit gratis Kaffee, gratis Wasser und frisches Obst. Und am Fluss einen wunderschönen Sitzplatz, den man im Sommer grillieren kann. Der Standort, den wir hier einnehmen, der sicher einzigartiger in der Schweiz ist, ist nicht ein klassischer Standort für eine Pharmafirma. Die sind an einem anderen Ort angesiedelt. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch als Great Place to Work auszeichnen können und somit eigentlich auch Mitarbeiter an diesen Standort herbringen können. Wir haben bei uns in der Schweiz immer schon eine starke und offene Feedback- und Verbesserungskultur gehabt. Und wir stellen selbstverständlich auch die Resultate von Great Place to Work allen Mitarbeitenden vor. Wir haben in den letzten Jahren Workshops gemacht mit unseren Mitarbeitenden. Da haben wir Feedback eingeholt, Ideen, die wir auch umgesetzt haben. Ich habe sehr anwechslungsliche und spannende Arbeiten. Ich habe Chefen, die mich motivieren und mich zu selbstständigem Arbeiten auffordern. Man kann in verschiedenen Projekten mitwirken und egal in welcher Position man angestellt ist, die Meinungen von jedem werden akzeptiert, jede Meinung zählt. Mich motiviert sehr, dass ich eine grosse Nähe zu den Mitarbeitenden habe, da vor Ort, dass ich jeden persönlich kenne. Mich motiviert auch sehr stark, dass unsere Mitarbeitenden uns offen Feedback geben, auf positive Sachen, aber auch auf Sachen, die wir uns verbessern können. Und was für mich das top Motivationsgrund ist, ist das, dass wir spüren, dass unsere Mitarbeitenden ein Vertrauen in die Geschäftsleitung haben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!